Hallo und herzlich willkommen zum heutigen neuen Video zum Thema Hausautomatisierung. Im neuen Setup, wer es noch nicht kennt, ich bin umgezogen, es gibt dann noch Videos zum Umzug. Und es wird auch eine Roomtour von dem hier geben, wie es jetzt hier ausschaut. Ich hoffe, die Tonqualität und so passt alles einigermaßen. Ich bin mal sehr zuversichtlich. In dem heutigen Video fangen wir an mit einem mehrteiligen Video, mit einer mehrteiligen Videoserie. Unten wieder die Kapitel verlinkt in der Videobeschreibung und auch alle Teile, die ich hier habe, den Amazon-Link auch dazu verlinkt. Wenn es da drauf klickt, es wird ein kleiner Bookmark gesetzt. Ich kriege 1, 2, 5, 7% Provision, wenn ihr dann über den Bookmark was bestellt. Würde mich wahnsinnig freuen, weil ihr mich damit dann auch ein bisschen unterstützen könnt, ohne dass euch das mehr kostet. So, wir gehen heute zum Thema Hausautomatisierung, weil ich es hier für das neue Büro benötigt habe. Ich habe hier einiges Hausautomatisiert, 1, 2 Temperatursensoren, Licht, Rauchmelder, was ein wichtiges Thema ist. Und ich habe jetzt noch gleich ein weiteres Hausautomatisierungsprojekt. Und das ziehe ich jetzt mit euch zusammen auf, damit ihr einfach mal grob wisst, wie das funktioniert, was man damit machen muss. Wir beginnen also mal mit dem Hardwareaufbau, mit der Beschreibung, was man so benötigt, was fein wäre, was cool wäre, wenn man das hätte für die Hausautomatisierung. Wir benötigen grundsätzlich erstmal einen Rechner. Entweder wir nutzen irgendeinen Server, irgendwas, was bei uns rumsteht, oder wir holen uns einen Raspberry Pi. Den gibt es bei Amazon für, ich glaube, 60 Euro oder sowas. Ich habe jetzt das Modell 4, Raspberry Pi 4, also Modell B, mit 2 GB RAM gewählt. Das reicht für Home Assistant, das Programm, das wir benutzen, eigentlich dicke aus. 4 GB wäre natürlich cooler, aber der kostet deutlich mehr. Und 8 GB wird aktuell noch gar nicht unterstützt von Home Assistant. Deswegen habe ich die 2 GB Variante dafür mal ausgesucht. Damit man das einigermaßen vernünftig in Betrieb nehmen kann, habe ich mir noch so ein Lab-Bist, heißt die Firma, noch ein Gehäuse dazu bestellt. Da kann man den Raspberry Pi einbauen und da sind auch noch ein paar Kleinigkeiten dabei, wie Lüfter, Kühlkörper für die einzelnen Chips. Und warum ich es hauptsächlich bestellt habe, ein ausreichend gutes Netzteil, damit man das Ganze dann in Betrieb nehmen kann. Das bauen wir dann alles ein. Die SD-Karte darf mir auch nicht verändern, wo muss das Ganze drauf gespeichert werden. Damit wir dieses Home Assistant überhaupt irgendwie benutzen können, brauchen wir natürlich auch Sensoren und irgendein Gerät, das die Sensoren auslesen kann. In meinem Fall habe ich jetzt hier Smart Smoke Sensor von der Firma Heiman einen Rauchmelder bestellt. Der hat Zigbee mit drin. Ich arbeite grundsätzlich am liebsten hier mit Zigbee. Da bin ich ganz zufrieden damit. Die Rauchmelder habe ich direkt in China bestellt. Auch da kann ich euch einen Link unten reinpacken. Ich habe es versucht in Deutschland zu bestellen. Man kriegt die Dinger zum teureren Preis wie in China. Und dann ist dieses Zigbee-Modul nicht verbaut. Also es ist ein bisschen mühsam. Deswegen habe ich die direkt da drüben bestellt. Und damit man jetzt mit diesen Geräten reden kann, braucht man noch einen Stick. Und zwar in dem Fall Dresden Elektronik. Link auch unten. Der funktioniert einfach am zuverlässigsten. Der kostet zwar 40 Euro, aber der funktioniert einfach. Und man muss nicht irgendwie so ein 11 Euro Teil kaufen mit dem Programmer und muss sich dann noch rumärgern. Ich zeige es euch mit dem. Gibt wahrscheinlich 1000 Videos, wie man es mit dem anderen. Da gibt es so ein Billi-Kina irgendwas. Ich will nicht da auch noch Zeit investieren. Dann nehmen wir es mal so. Gut, dann fangen wir mal an und schrauben einfach mal den Raspberry Pi zusammen. Wir beginnen also mal mit Schritt Nummer 1 und kleben mal die Kühlkörper auf. Es sind drei Kühlkörper dabei. Ein etwas flacherer, ein etwas höherer, von der Größe ähnlich und ein kleinerer Kühlkörper. Der kleine Kühlkörper kommt hier hinten auf den Netzwerk-Chip drauf, damit der anständig gekühlt wird. Der zweite Chip geht hier auf den RAM. Und der dritte Kühlkörper geht auf die CPU selber drauf. Der nächste Schritt ist, dass wir es dann ins Gehäuse einbauen und auch noch hier uns den Lüfter mit dazu anschließen. Das Gehäuse selber ist dafür gedacht, dass man auch eine Kamera mit benutzen könnte. Hat hier das Loch für die Kamera mit drin. Und aufkriegen tut man es ganz leicht, wenn man es einfach klippt. Es sind hier sogar Schrauben mit dabei. Der Raspberry Pi kommt so rum in das Gehäuse hinein. So, jetzt ist ein dicker Ler. Jetzt sieht man auch was. Ich konnte ja gar nicht sehen gerade eben. So, man hat quasi den Raspberry Pi hier drin. Man kommt hier zur Micro-SD-Karte. Man kommt hier zu den USB-Anschlüssen, Netzwerkanschluss. Mir gefällt das Gehäuse definitiv. So, der Lüfter wird jetzt hier irgendwie drauf geschraubt, würde ich mal schätzen. Es ist im Übrigen sogar ein Schraubendreher mit dem Lieferumfang. Also man muss nicht mal einen Schraubendreher haben. Finde ich schon mal sehr praktisch. Den Raspberry Pi selber schraube ich auch noch fest. Und nun haben wir ein kleines Kärtchen dabei. Auf dem steht die Pinbelegung von dieser Stiftleiste vom Raspberry Pi. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze montieren kann. Wir haben hier einmal schwarz die Ground-Verbindungen. Also schwarze Kabel können wir auf jeden Fall schon mal hier in die dritte Stiftleiste stecken. Und jetzt können wir den Lüfter entweder mit 5 Volt betreiben, so wie der gedacht ist. Man sieht ja hier DC 5 Volt, das ist ein 5 Volt Lüfter. Oder man kann ihn aber auch hier bei 3,3 Volt, also die Stiftleiste hier, der Stift hier links unten anstecken. Dann läuft er nur mit 3,3, dann ist er etwas ruhiger und nicht so extrem laut. Deswegen stecke ich ihn mal lieber bei 3,3 Volt an. Dann kommt das Ganze hier drauf, wird verklippt und das war es auch schon. Somit wäre das Ganze eingebaut. Wir stecken als nächstes noch nicht die MicroSD-Karte rein, denn die müssen wir jetzt erst vorbereiten. Und diese Software-Vorbereitung zeige ich euch jetzt. Also wie schon gesagt, wir benutzen für diese komplette Hausautomatisierung die Software Home Assistant. Die ist wirklich toll. Also das ist eine kostenlos verfügbare Software und die Macher von dem Teil, das ist echt. Also die haben da richtig krass Arbeit investiert und ich bin begeistert. Es gibt da oben Getting Started. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Man sollte eben Raspberry Pi 4 Modell B mit 2 GB haben, wäre ganz gut. MicroSD-Karte, wie gesagt, haben wir hier. Und wir müssen quasi erstmal das Home Assistant für unser Device runterladen. In dem Fall klickt man dann einfach hier zum Beispiel Raspberry Pi 4 Modell B, 1, 2, 4 GB, recommended 32-Bit-Version. Lädt man sich runter, dann kriegt man quasi so eine 225 MB große Datei, die man nachher gleich brennen muss auf diese SD-Karte. Dafür benutzen wir diesen Balena-Edger. Das ist eine Software, mit der man bootfähige SD-Karten für z.B. Raspberry Pi erstellen kann. Das Ganze sieht dann so aus, dass wir jetzt erstmal die MicroSD-Karte auspacken müssen. Und dann diese MicroSD-Karte in einen SD-Karten-Leser einzulegen. So, wenn wir die drin haben, will das erst aufmachen. Sie ist zum Glück schon mal leer, das freut mich schon mal sehr, sehr. Und unser Balena-Edger muss natürlich erstmal eine Datei ausgewählt kriegen. In unserem Fall jetzt hier HasOS, RP4, 4.11, aktuell, was wir so nicht mehr gerade eben runtergeladen haben. Dann Select Target. In dem Fall schlägt er uns gleich dieses Mastorage-Device vor mit G. Er sagt zwei Hitten, aber da sieht er gleich, das sind System-Devices, System-Drives, die gibt er euch gleich zur Auswahl. Also echt raffiniertes Programm. Wir wählen das also aus und sagen einfach Flash. Er fragt dann nochmal, ja, soll das wirklich alles geflasht werden und so. Das sind ein bisschen Werbung. Und schon ist das Ganze dann auf dem Stick. Und schon ist es fertig. Wie man gesehen hat, diese Class 2-Devices, die es mittlerweile gibt, 64 GB mit 160 MB Reit und 60 MB Breit, wie da draufsteht. Also der hat jetzt hier mit USB 3.0 Hub, habe ich da dran, mit dem Kartenleser, der hat mit 64 MB geschrieben, das Image und mit, glaube ich, 90 Karten gelesen und validiert. Also die sind schon krass flott mittlerweile. So, jetzt haben wir das fertig. Wir können den rausziehen und einfach mal in unseren Raspberry Pi reinstecken. In dem Fall wichtig, die Goldkontakte nach oben. Und dann ist er auch schon eingerastet. Wir gehen weiter zur ersten Inbetriebnahme von unserem Gerät. Bevor wir jetzt den Raspberry Pi einschalten, müssen wir noch ein Netzwerk verbinden. Der braucht nämlich ein Netzwerk, damit er sich gleich die neuesten Updates runterladen kann. Er braucht quasi Internet und einen DHCP-Server, der funktioniert bei euch, damit er auch eine IP-Adresse kriegt. In der Regel hat die Fritzbox oder was für Geräte ihr habt es drin, also sollte das keine Probleme machen. Ihr müsst allerdings nach dem ersten Hochfahren erstmal nachschauen auf der Fritzbox, was eigentlich für eine IP-Adresse da der gekriegt hat, damit ihr dann entsprechend auch darauf zugreifen könnt. Wie wir das Ganze jetzt aber in Betrieb nehmen, wie wir die IP-Adresse vom Raspberry Pi rausfinden und wie wir erstmal unser Home Assistant installieren, das schauen wir uns dann nächste Woche im zweiten Teil von diesem Video an. Vielen Dank fürs Reinschauen schonmal, wenn ihr Fragen zu Home Assistant, Hausautomatisierung habt, irgendwelche Vorschläge, Wünsche, einfach mit in die Kommentare reinschreiben, vielleicht kann ich drauf eingehen, wenn ich mich damit auskenne. Ansonsten Daumen nach oben, Abo habt ihr eh schon immer da lassen, ihr seid da ja super fleißig zum Glück. Vielen Dank schonmal und bis nächste Woche. Vielen Dank.